Let's fire the cook and good for the rest of our lives. Salz, Pfeffer und ein paar Knoblauchzehen. Sechs Stück ungefähr. So, die hacken wir jetzt ein bisschen kleiner. Genau. Schnippel die Dippel. Zwiebel auch noch mal bieren hier. So, kommen wir zu Daddy hier. Abmachen, das kann weg. Zwiebeln gehen immer, Freunde. So, ein paar Streifchen machen. Ah, grillt schon besser als gerade. Beim Gulasch schneiden. So, Öl rein hier. Zack, da kommt schon das Gulasch, Schweine Gulasch. Für Gramm, ne? Für eine Portion hier. Wird's ja wohl reichen, würde ich sagen. So. Bisschen Wendomar 3000. Schön anbrutzeln. Jetzt kommt ein bisschen Soße dazu hier. Ein gutes Schüsschen Sojasauce war's. So, jetzt hier, zack. Erstmal ab auf den Teller damit. Zwischen Rest. So, Zwiebeln rein hier. Knobi hinterher. Und anschwitzen hier. Das macht Spaß. Jetzt auch schnell braven. So, jetzt hier in den Pori schneiden. Eine Stange hier. Ja? Gleich Pfeffer und Salz reinballern hier. So. Los geht's hier. Oh, ich schneid noch einen her. Die Girls haben Hunger, ne? Ich pul mir nachher das Fleisch raus. So, rein damit in den Bottich hier. Und Schwenko. Genau, so muss das aussehen. Pfeffer dazu hier. Pfeffer dazu hier. Wimsen. Ne? Und dann lunsen wir gleich schön mit dem Salz hinterher hier. So. Da ist er auch schon. So. Und jetzt hier nochmal den Schwenker machen. Und dann gleich ablöschen. Mit Sake hier. Da. Schön reinballern hier. Oh. Fleisch dazugeben. High Speed Schwenkomat für euch. Das macht Spaß. Oh. Jawoll. Ja. So macht's Bock. Ja. Und fertig ist die ganze Brühe. Fällt die Hälfte fast raus, aber... Fürs Bild sah es halt cooler aus, ne? So klappt es doch. Oh. Bisschen Wasser neben mir fallen. Haha. Ja. So. Fertig ist das Ding jetzt endlich mal. Haha. So. Perfekt. Ab auf den Teller damit, würde ich sagen. Hier. So. Schütten wir es mal rein in so ein Schälchen hier. Ach. Du kommst auch noch hinterher hier. So. Oh. Da ist es auch schon. Haha. Jawoll. So. Hier. Machen wir den Teller fertig hier, ne? Schnelles Frühstück hier, würde ich sagen. Zack. Und Prost, würde ich sagen. So. Ab in den Hals. Pürscher. Der Schweine Poiwok. Ordentliche Schweinerei für euch. Ich hoffe, der Mini-Lunse hat gefallen. Genaue Rezepte haben wir wieder in der Infobox. Schnelles Völkchen fürs Völkchen. So. Spieße nehmen hier und dann rein. Ah. Das klappt ja überhaupt nicht hier. Hier. Du aber hier. Boah. Jetzt kommst schon hier. So. Ab in den Hals. Hahaha. Jawoll und Girls. Lass den Daumen nach oben brennen. Und Abonation nicht verpassen. Und bis bald Freunde. Besuch den Grillshow Shop mit dem heißen Shit. Haha. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020